Herzlich Willkommen zum großen Shopping Queen Event, den neuesten Herbst-Winter-Trends und natürlich wollen wir die Minto Shopping Queen küren. Sie kennen das Format alle aus dem Fernsehen, richtig? Drei Kandidatinnen haben wir heute hier vor Ort, 500 Euro Budget kommen natürlich aus dem Center Management. Durch dreieinhalb Stunden ganz viel Spaß, viel Erfolg und wir wollen hinterher natürlich eine Riesen-Präsentation sehen. Jetzt möchte ich Sie gerne darauf hinweisen, auch selber shoppen zu gehen, also lassen Sie sich verwöhnen. Hier sind für Sie die Fashion-Highlights der kommenden Modelsaison. Ja und es geht los mit unserer ersten Kandidatin Julia Braun. Also liebe Julia, ich finde das Motto sensationell getroffen. Mal sehen, wie es mit Kandidatin Nummer zwei weitergeht. Andrea Heller, ganz ganz großes Kompliment. Das hast du wirklich super gemacht. Nun haben wir noch eine dritte Kandidatin, die ist die Maike. Ich finde es ein rundum gelungenes Outfit. Die Gewinnerin ist Julia. Julia Braun ist die Minto Shopping Queen 2050. Untertitelung des ZDF für funk, 2020 Year to number. Du bist in der Tatapulant eine dritte Kandidatin. Ihr ZDF für funk, 2017 Ihr ZDF für funk, 2020 Ihr ZDF für funk, 2020 Vielen Dank.